Wer ist denn da schon so ein wach? Du bist schon so ein wach, weil es soll hier sofort geliefert werden, ja? Du kleine Quitschmaus. Ich kann ja sicher, darf ich einmal morgen krabbeln? Nein, nein, Essen liefern, Essen liefern, Essen liefern. Gut, Essen ist schon vorbereitet. Geht sofort los. Hier, du kleiner Turbo. So, meine kleine Schmattermaus. Kommen wir? Ah, ja, hopp. Bidu. So, mein Süßchen. Weißt du übrigens, womit wir am Wochenende anfangen? Du, du, am Wochenende. Oh, einen guten Morgen, Katja, noch. Also den tun wir erstmal weg, damit du da nicht durchlatschst. Nehmer. So, jetzt weiter im Text. Am Wochenende fangen wir mal an Körner uns anzugucken. Also ich dir vorzustellen, ich kenne die schon. Nehmen wir uns kein viel Zeit, dann machen wir lustige Pickübungen. Okay. Mhm. 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 Hm. Das war's für heute. Sehr gut. Gewicht abwischen. Jawohl, jawohl, jawohl. Prima. Noch mehr gleich? Hast du schon fast aufgegessen? Kleine, süße Fressmaschine. Okay, gleich weiter. Okay. 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 Okay, super. Prima gefrühstückt, mein Schatz. Jawohl. Super, super, super. Mhm. Kopf waschen. Den kleinen Kinderkopf waschen. Gut gemacht. Ja. Willst du immer noch der Welt sagen, dass du jetzt satt bist? Willst du vielleicht ein Bäuerchen machen? Ja. Hatsit, tatsit, tatsit du. Willst du gleich in den Kuschelmodus? Nicht jetzt? Mhm. Mua. So. War das ein leckeres Frühstück? Ja? Ein leckeres Frühstück. Du gehst jetzt aber noch mal kurz zum Hasi. Magina muss jetzt hier noch so ein, zwei andere Sachen machen. Mhm. Du Süßbär. Vor allen Dingen erst mal selber Kaffee trinken. Ja. Du bist vor dem ersten Kaffee dran, du kleiner Schatz. Ja, ja. Bist du. Machst du heute hier vorne wieder selber sauber? Ja, hier hinten helfe ich dir mal noch ein bisschen. Und oben auf dem Kopf. Helfe ich dir auch. Warte mal. Da hinten flattern die Großen. Vielleicht kommt dich heute jemand besuchen wieder. Oh. Ein Besuch, ein Besuch. Ein Taubi-Besuch. Oh ja. Ah. Hörst du? Ja? Das war jetzt aber Toffi, der aus dem Bett aufgestanden ist. Egal. So. Ab in die Kuschelecke. Okay.